so das sind wir bei let's play mw3 online diesmal herrschaft auf der karte so ich mal wieder deine oma hier und erst mal wird eingenommen erst mal gerne mit deiner oma geht das richtig gut und erst mal bier nehmen ja darfst du längst ich komme zu dir ich habe es nur getriggert mehr habe ich nicht gemacht aber doch gefickt sagst du das waren jetzt alle bei 10 ja da gehe ich jetzt dorthin jetzt mal ich kann mal von hier kommen zwei was wir noch minimal viele auf wo ja ich bin mit her mal wie sie ich wollte mit der flash killen ich habe ihn geschätzt den übersehen rechts kommt einer einer von links hinter dir was machst du denn wo bist du ich habe ihn geschätzt na wo ist er ja ja wir halten das alles ja bei dem gegner team jetzt aber nur nicht wo es ist was heißt es wird oder von wo kam denn die granaten ich glaube aus der mitte kam die mein geschützt schießt weiß ich ja sicher ich habe mir nur in die fresse geschossen warte hier predater ich schaue mir wo es ist denn ich habe mir ähm bei a sind ein paar hinten bei a hinten einer ist bei a hinten du hast mir gerade einen krieg gesnackt ich nicht ja ich nein nein ich doch nicht an der oma war das erst mal campen in der oma war was nein einfach wird gesichert ah wird gesichert ah ja ist schon wieder einer erst mal ein headshot geben ja ich stehe mich hier nur so rum das heißt wieder kämpfer nein das wird man seinen leuten rückendeckung geben die sind selber mir rückendeckung geben jetzt kommen sie von erst mal a sich ansatz du kannst mir kiste snacken nein nein du scheiße nimm dir die kiste ich bin jetzt nie bereitet oder rakete zum einsatz bereiten alpha geäßigert very nice ist doch erstmal creditor ne sind alle bei b alle alle nein ich habe gerade doppel kill gemacht Ja, mit der schwarze Kämpfer an der Ecke. Sind sie denn? Bei 10. Ja, einer bei 10. Einer. Das ist meine Kiste. Wo ist die? Ach da. Oh, ich dachte schon. Ich habe ein EMS. Oh, 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 oh. Triple. Äh, ist nur einer draußen. Wo? Nein! Nein! Das gibt's so nicht. Irgendwann ein Kill vom Phase-Low. Nein! Ja, erstmal AR6-Überwachung. Und jetzt gestorben hier. Ja, und der Schwarze kämpft da nur in der Ecke. Erstmal AR-Stürm. Die Fortsegung noch gar nichts. Ich habe eine AR6-Überwachung mit mir. Von daher könnten wir jetzt reinrennen. Ich habe leider keine Muni mehr für die Oma. Wo ist ein sehr gut offenes Gelände? Hier bei... Ach, Leute, lasst euch hier einfach wegmarschen. Bei A sind sie jetzt. Wir sind wieder alle bei A. Lass sie da. Ich flash mal runter. Sehr schön. Oh, haha. Oh, ja. Betty, Betty. Bye Hackers. Juhu. Erstmal Twisted. Die Zeitgruppe. Wir hatten hier 29.3, ey. Wer ist denn das? UAV-Master. Ja, der ist bestimmt... Der hat nicht gackt. Der hat seinen UAV eingesetzt. Hat sich irgendwo hingekämpft. Und dann... Aber wir haben jetzt erstmal A. Ich schau links. Du schau rechts. Äh... Schwier vor Räte. Wo ist A? Aßen. Erstmal Vorräte. Oh. Hinten Wechser. Ah, das sind die schlecht. Ah, hinten. Ja, bei mir. Ah, weißt du was? Weiß ich dran. Da haben wir noch eine. Äh. Weiß nicht. Ich hab auch noch eine Predator. Warte. 3, 2, 1. Warten wir mal. Sagt, wir sind ja die gelieft, oder was? Ah, ich hab nur gehittet. Nein! Deine Mutter. Ja, und sich mit einem Moab ist etwas kalt. Das weißt du das? Ich weiß. Sind schwer alle. Ah, immer wir ist normal. Bei dir, ja. Weckerekt. Wir sind geredet. Dass das eingenommen wird. Ich hab einen Heli. Luft. Oh, Milchfrau. Geht da. Oh, was? Ach, mit deinem Kaffee zu mir, ja. Ah, bin ich schlecht. Er geht zu zäh. Wir verlieren A. Wie heißt denn wir mit A? Okay. Oh. Hitgang! Ja, für euch. Geht da. Geht da. Ah, gibt das Gegner-Team. Lol. Sind die Scheiß hier. Ich muss schon sagen, Skill sieht anders aus. Alter, der Bischof hat 16-0. Hm. Nicht schlecht. So, ähm. Nicht schlecht. Oh, für die 36, ich hab jetzt Schwarzblinde freigeschalten. Oh, sehr schön. So. Oh. Ja, das war's halt auch schon wieder. Gerscha. Von MW3 Online Together mit dem Klaas, mit dem Hingerboy. Wie gesagt, unsere Steam-Gruppe eröffnet. Ihr könnt joinen, uns aufs Mall geben. Erst versuchen es zumindest. Ja, und das war's. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Bis dahin. Ciao. Ja, wurs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.